Der Tanzfestival des ABV Der Tanzfestival des ABV kamen zwar nicht so viele aktive Tänzerinnen und Tänzer wie sonst, aber die Anwesenden hatten wie jede Menge Spaß. Immerhin, 120 Mitwirkende waren zum 14. Tanzfestival des ABV gekommen, um sie in sportlichen Tanzwettbewerben zu messen. Zuerst waren die Kinder und Jugendlichen an der Reihe und laut der anschließenden Wertung der Jury lag die Treppchenplätze 1, 2 und 3 nur ganz knapp auseinander. Platz 3 errangen die Schoolgirls der Maria-Wartschule unter Leitung von Jenny Zwing. Auf Platz 2 schoben sich Dile Kids Crew der Tanzschule Dance Your Life und ganz oben auf der Treppe glänzte die Timeless Dance Crew von Move Production. Die ABC Kids und How We Move vom ABV Essing verpassten nur knapp einen der begehrten Plätze. In der Pause zeigte außer Konkurrenz das Showcase-Duo Triple Eight mit Tammy und Flora, was Action auf der Bühne bedeutet. Jubel und Anfeuerungsrufe der Fans waren mehr als deutlich zu vernehmen. Danach betraten die jungen Erwachsenen, wie sie von der Vorsitzenden des ABV Susanne Volz bezeichnet wurden, die Bühne. Hier landeten Liquid Motion von der Tanzschule Dance Your Life unter der Leitung von Janina Czerwinski auf Platz 3, während die Dile Crew des ABV Essingen und der Tanzschule Dance Your Life unter der Leitung von Jenny Zwing den zweiten Platz belegte. Die absolute Krönung des Tages gelang Suffusions außer Brücken mit dem ersten Platz. Die regelmäßigen und ständigen Begleiter des Essinger Tanzfestivals seit 2008, die Eastrock-Stylers, starteten außer Konkurrenz, weil das Team sich erst vor kurzem völlig neu zusammengesetzt hatte und noch nicht einsatzbereit war. Wir zeigen Ihnen hier eine Archivaufnahme und diese können wir mit Ton ablaufen lassen, da die Eastrock-Stylers ihre Stücke selbst komponieren und wir die Veröffentlichung erlaubt bekamen. Die employment geben wird mit Ton Untertitelung des ZDF, 2020